Servus Leute, im Moment läuft das Scaff Event auf Labs und ich hoffe, dass es auch immer noch läuft, wenn ihr das Video seht, wenn es rauskommt. Man kann auf Labs scaffen und Gluha ist auch zu 100% da und das sorgt für ordentlich Action auf der Map und aus dem Spawn noch einen Haufen AI-Scaffs. Und ja, als PMC hat man es wirklich schwer und es sind ein Haufen Scaffs unterwegs, die alles looten, was nur da ist. Und wenn man Scaff Karma auf 6 oder höher hat, dann hat man den Vorteil, dass man neben Gluha stehen kann. Und ja, alles looten kann, was er so schießt und mit ihm rumlaufen kann. Und das ist bei mir der Fall, beziehungsweise auch nicht immer, wenn man einen Fehler macht, dann ist es wieder unter 6, dann muss man das wieder anheben. Das tue ich in der ersten Szene und zwar war ich auf Interchange und wollte bloß schnell das Auto nehmen, aber es war dann trotzdem ein recht PvP-orientierter, ein sehr kurzer PvP-orientierter Raid. Und den wollte ich euch nicht vorenthalten und in den anderen zwei Szenen war ich dann auf Labs unterwegs. Und ja, hatte da mal Spaß mit VoIP-Spielerbaiten und ja, PMCs jagen als Scaff. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß, insbesondere wenn man Scaff Karma 6 hat. Ich will noch nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens 19-täglich live-of-pitch-switch.tv-slash-outzer, da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Dann würde mich das auch interessieren. Moin, Lenko. Nee, ich hab noch nicht gescafft, weil mein Scaff Karma auf 5,94 ist. Ich will einmal das Auto nehmen. Dann scaffen, weil ich will Scaff Karma auf 6 haben, wenn ich schon scaff. Wenn das Auto jetzt nicht da ist, gehen wir trotzdem einfach einmal. Scheißegal, aber... Oh, das ist Killer. Nee, hier sind keine Scaffs. Ich muss ein paar Scaffs abknallen. Ja, drei Spieler gehen auch. Was? Wie die Lemming in den Tod gerannt, ja. Da war nicht ganz klar, von wo ich schieße. Da ist, glaube ich, jetzt noch nicht ganz klar, von wo ich geschossen habe. Mit dem Level? Naja, das haben sie sich geschossen. Das haben sie sich geschossen, das Gear. Hat es da hinten gerade geplinkt? Ich will jetzt nicht mega fighten um das Auto, bitte. Hey, Volentos. Script, wann ist Vibe? Immer donnerstags. Nee, Ende Dezember. Also, irgendwann um Weihnachten, dann läuft irgendwas. Mann, Spieler. Escort Quest ist fertig, Alter. Okay. Was ist hier los, Mann? Ich will noch bloß zum Auto und die stellen sich mir alle in den Weg. Sorry, vielen Dank für den Follow bekommen. Und Auto ist da, okay. Passt. Ich wollte nur mit dem Auto raus und musste jetzt aus Versehen fünf PMCs killen auf dem Weg dahin. Das Leben ist hart. Neues Update, Ausrufezeichen-Event, Last Samurai und neues Video. Ich hab ihn. Nein, hab ihn nicht. Ich bin schon akkurat mit dem Red Dot, ne? Kann man schon so sagen. Junge, dein Ernst? Nummer sechs. So. So. Komm, macht mal Hallo, YouTube. Ich musste, ich wollte bloß kurz mit dem Auto raus. Es waren mir Leute, es standen Leute in meinem Weg. Was soll ich machen? What? Einmal Hallo, Hallo, YouTube schnell, Leute. Auf geht's. Nehmen wir als kleine Szene, ist doch okay. Wundervoll. So. Machen wir hier einen Marker. Tun wir nicht so lang rum. Wer hockt da? Oh, oh. Spieler. War da ein Spieler, Scaf. Ja, Scaf. Ja, stop shooting, dude. Hit F1. You're baiting me. Hit F1. Das ist ein PMC. Der baited mich. Da. Auf geht's. Eins. Eins. Auf geht's. Das ist das, Scaf. You scared or what? Yeah, man, I killed this BMC. Look at me. Noob TV. Ja, der Name passt. Sorry. Ich wusste gerade ein bisschen schmunzeln. Loob TV. Was ist da los? Was ist da los? Ach ja, okay. Oh Gott, okay. Na dann. Free Rucksack hier, okay. Sehr zuvorkommend. Und noch einen guten Yutodaki. TKM Geksa. Oh, mit Geksa kenne ich mich aus. So, wie viel Zeit haben wir? 21 Minuten. Ja, ich höre ihn. Wo ist er? Ja. Freunde der Sonne. Was ist hier los? Yo. Nice stash, dude. That's actually English, you know? That was English, yeah. I'm not very afraid in English. So. Scaf Karma 6 Enjoyer. Hat der ne KS? Junge, der hat ne KS? So. Wait, say again? You're hard to understand. I'm sorry. That's all that. Look after. We wait here. We wait here with Gluhar. So. And then loot when he kills someone. That's a good plan. I don't think. I'm gonna wait here. Ah. Push. You will see. Bye. Yeah, have a good one. Wo ist denn jetzt der Boss, Humblemann? Hier, das ist er. Das ist Gluhar. Halt auf den Tattoos. Normal, normal. Lernen, jetzt пожivимся. Chiki-Briki. Palchik, wikinj. Okay, da drüben geht was. Knall um die Sau. Ja, genau. Gerade Scaf Karma auf über 6 gebracht, dass ich genau das hier machen kann. Neben ihm stehen. Und jetzt er Knall um. Mach weg. Komm mal weg. Das hier drauf. Was hier. Der weiß gar nicht, was ihm entgeht, ja. Muss auch nicht unbedingt was los sein, aber... Ähm... Probieren wir es mal trotzdem hier. Captain Gluhar. Ah, die reagieren da nicht drauf, ne? Mein paar Scaf sind ihm schon zum Opfer gefallen. Aber vorhin hat er mehr rumgeschrien, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht sie euch an. Ja, das war's, ne? Er ist eiskalt looten gegangen. Seht ihr den? Eiskalt looten ist er gegangen. Was ein Typ. Geil. Einfach mal looten. Wieso auch nicht. So. Nee. Ach shit. Wie viel Amor hab ich. Ah, die verstecken sich hier. Könnt ihr mal hier rüberkommen? Oh, warte. Moment. Ja, dude. Oh, ihr dönen. Wow. Jetzt ist die Stimmung wieder aufgeheizt. Oh ja. So gefällt mir das. Schon viel besser. Wer bist du da hinten? Hello. You good? Yeah, how you doing? Say hello to my little friend. Do you like Gluhar? He's a nice guy. Dude, this is... Oh mein Gott, habe ich ihn gebetetet. Ich denke, das ist alles gut. Ich bin beim Brüllen, der gute Gluhar, ja. Bester Mann. Was, wenn wir das jetzt mal anders? Richtig gut, ey. Warum schießt Gluhar nicht auf mich? Weil ich, ähm, Scaf Karma 6 hab. Und Gluhar mein bester Freund ist. Wir sind Buddies. Er und ich sind so, ne? So, Moment, da rennt einer. Jo, Düt. Oh, ich fühl mich jetzt schon schlecht. Okay. Ähm, ich weiß nicht was. Oh mein Gott. Oh, nee. Also, ich habe zwar hohes Karma, Scaf Karma ingame, aber... Oh, boy. Ähm. Oh. Es könnte wieder Hate geben. Ach was. Ich wurde noch nie für irgendwas gehatet, wo ich beim Event... Samri. Samri. Na ja, wir folgen ihm mal. Die Zeit haben wir noch 14 Minuten. Fette Boy, der ist alles bloß Scafs, ne? Ah, das... Wow. Jo, Düt. Ah, nee, Moment. Das war ja... Das war eine Wache. Alles gut. Ey, der hat eine KS, ey. Was meint ihr, wie der damit gibt? Ach, hier stehen nochmal zwei Wachen, ne? Auch eine Wache? Ne, das ist ein normaler hier. Oh, oh. Jetzt habe ich es verpasst. Wer ist denn jetzt hier gerade gekommen? Äh. Gibt ihm. Firing Squad. Gibt ihm. Stoet, blöd! Baneal, blöd! Auffassend, dass ich keine Nähte herfliege. Ey, du, куда пошoll? Ich mag die Jungs. Wir sind eine Einheit. Oh. Jo, Düt. Anyone here? Hello? There's Cluhar. I need help. Hello? Oh, die sitzen aber versteckt, ey. Oh, der ist tot. Moment. Hier, mein Kollege. Samria. Stoi, ja, 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 ja. Das Ding geht weg. Was hier? Eine Wache hat zerrissen. Das Gute ist, wenn ein Scaf-Boss killt, dann ist er ein Traitor. Kann ich ihn dann killen? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ist hier drin, BT, ne? Nein, sie töten Cluhar. No. Oh. No. Ich wollte mich gerade mit ihnen unterhalten. War das Spieler? Nee, nee. Der Killer Mike 69. Shit. Der Killer Mike 69 war zu hart. Ich konnte nicht in Wache get taskwそれでは . Bis zum nächsten Mal. Ich konnte dich nicht wissen.